In diesem Video werden wir uns mit dem Thema beschäftigen, welche Kamera du als Anfänger in der Foto- oder Videografie in 2023 kaufen solltest und welche Dinge du auf jeden Fall beachten sollst. Wenn du gerade anfängst in der Foto- oder Videografie, kann es schwierig sein, die richtige Auswahl zu treffen, was die Kamera angeht. Es gibt inzwischen so viele Optionen auf dem Markt, da ist es schon schwer zu wissen, welche Kamera du kaufen solltest und welche auch die richtige für dich ist. In diesem Video werden wir die wichtigsten Dinge betrachten, die du beachten solltest, wenn du dir eine neue Kamera zulegst. Und am Ende von diesem Video gebe ich dir noch meine persönliche Meinung, was meiner Meinung nach die beste Kamera für Anfänger in 2023 ist, wenn du fotografieren und oder filmen möchtest. Deswegen bleibe auf jeden Fall bis zum Schluss dran. Und jetzt würde ich sagen, wir fangen auch direkt an mit den Punkten, die du beachten solltest, wenn du dir eine Kamera zulegen möchtest. Der erste Punkt, den du auf jeden Fall mal beachten solltest, ist ganz klar der Preis. Weil der Preis ist natürlich ein wichtiger Faktor, wenn du dir eine neue Kamera zulegen willst. Du musst wissen, es gibt Kameras in ganz verschiedenen Preisklassen und deswegen solltest du dir erstmal Gedanken darüber machen, wie viel Geld du dafür denn überhaupt ausgeben möchtest. Natürlich solltest du bedenken, je mehr Geld du ausgibst, desto mehr bekommst du auch für dein Geld. Teurere Kameras im Gegensatz zu günstigeren Kameras tendieren natürlich dazu, dass du halt viel mehr Funktionen und Vorteile in gewissen Bereichen hast. Wie zum Beispiel bei Video vielleicht eine bessere Auflösung, mehr Framerates oder bei Fotos zum Beispiel mehr Megapixel pro Bild. Oder vielleicht kannst du dann zum Beispiel in anderen Formaten aufnehmen, wie RAW-Formaten und so weiter. Deswegen hier solltest du auf jeden Fall dir bewusst machen, okay, je mehr du ausgibst, desto mehr bekommst du vermutlich. Aber im allerersten Schritt, den Preis solltest du mal beachten und dir selber sagen, okay, wie viel möchtest du jetzt für dieses neue Hobby ausgeben. Den nächsten Punkt, den du auf jeden Fall beachten solltest, ist die Größe und das Gewicht von deiner Kamera. Wenn du zum Beispiel viel unterwegs bist, viel auf Reisen bist und da deine Kamera mitnehmen möchtest, empfehle ich dir vielleicht eine Kamera zu wählen, die etwas kleiner, kompakter ist und vielleicht nicht so schwer ist. Wenn du allerdings jetzt zum Beispiel nur bei Kunden fotografieren oder filmen möchtest und da ist es egal, wie groß deine Kamera ist, wie schwer deine Kamera ist, die kannst du easy transportieren, weil du zum Beispiel mit dem Auto unterwegs bist und nicht vielleicht gerade durch die Berge läufst oder so. Dann ist es natürlich egal, dann kann deine Kamera auch ein bisschen größer und schwerer sein. Aber wie gesagt, ein weiterer Punkt, der ausschlaggebend dafür sein sollte, welche Kamera du dir zulegst, ist eben das Gewicht und die Größe. Deswegen mach dich hier einmal Gedanken, was hast du hauptsächlich vor zu fotografieren, zu filmen und dementsprechend sollte dieser Faktor eben auch beachtet werden. Im nächsten Punkt sollten wir uns mal die Funktionen von den verschiedenen Kameras angucken und was du eben auch brauchst. Zum Beispiel, es gibt Kameras, die haben gar keinen Autofokus, es gibt Kameras, die haben Autofokus, es gibt Kameras, die haben einen besseren Autofokus, es gibt Kameras, die haben nur einen Sucher, es gibt Kameras, die haben einen LCD-Screen, also wirklich einen Bildschirm, wo du dein Bild siehst. Das ist heutzutage, würde ich sagen, fast schon Standard, aber es gibt auch noch Kameras ohne Bildschirm. Es gibt Kameras, die haben dann auf ihrem Bildschirm eine Touch-Funktion oder manche haben keine Touch-Funktion, da musst du zum Beispiel alles wirklich über die Knöpfe auf der Kamera navigieren. Und das sind wirklich auch Punkte, die du beachten solltest und wo du dir überlegen solltest, okay, was brauchst du, was möchtest du haben, was brauchst du für deine Arbeit vor allen Dingen, also für deine Fotos oder deine Videos, was erleichtert dir deine Arbeit, woran hast du mehr Freude. Das sind auf jeden Fall auch Punkte, die du beachten solltest, bevor du dir eine Kamera zulegst. Das waren jetzt auf jeden Fall schon mal drei Punkte, die du beachten solltest und ich gebe dir jetzt gleich auch noch einen vierten Punkt, aber bevor wir zu dem vierten Punkt kommen, möchte ich dir einmal ganz kurz noch die Content Creator Academy ans Herz legen. Die Content Creator Academy ist ein Online-Kurs von mir persönlich selber, wo ich mein gesamtes Wissen über die Foto-, Videografie- und Grafik-Design, Grafik-Erstellung zusammengefasst habe. Und das alles gebündelt in verschiedene Module gepackt habe und eben in der Content Creator Academy zur Verfügung stelle. Das heißt, wenn du noch mehr über die Foto-, Videografie-, Grafik-Design und so weiter erfahren möchtest, lernen möchtest, dann noch besser drin werden möchtest, lernen möchtest, welche Objektive es für die verschiedenen Kameras gibt, welche Objektive du in den verschiedenen Bereichen nutzen solltest, wie deine Kamera aufgebaut ist, wie eine Kamera wirklich funktioniert, wie du Bildkomposition anwendest und vieles, vieles mehr, dann check jetzt auf jeden Fall mal den allerersten Link in der Videobeschreibung ab. Da kannst du dir alle weiteren Infos zur Content Creator Academy anschauen und vielleicht ist das Ganze ja was für dich, würde ich mich freuen, wenn du auf jeden Fall Mitglied wirst. Und damit hast du wirklich dann einen Shortcut, um noch schneller, noch besser in der Foto- und Videografie- und Grafik-Design zu werden. Deswegen, wie gesagt, check gerne mal den allerersten Link in der Videobeschreibung ab und dann würde ich sagen, kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Punkt. Im vierten Punkt schauen wir uns jetzt mal die Technik von den verschiedenen Kameras an. Hier solltest du dir überlegen, was brauchst du, was möchtest du machen? Willst du wirklich nur fotografieren, willst du nur Fotos machen oder willst du vielleicht auch eben filmen oder vielleicht nur filmen? Da solltest du jetzt beachten, zum Beispiel, wenn du filmen möchtest, okay, mit welchen Framerates kannst du aufnehmen? Kannst du nur in Full HD aufnehmen oder kannst du in 4K aufnehmen? Vielleicht kannst du sogar in 6K aufnehmen. Ich persönlich würde sagen, heutzutage in der heutigen Zeit ist 4K fast schon Standard. Deswegen, wenn du auch filmen möchtest, würde ich dir empfehlen, vielleicht eine Kamera zu nehmen, die auch in 4K filmen kann. Was Framerates angeht, ist es so, willst du einfach nur realtime dein Footage abspielen lassen, also quasi in Echtzeit? Oder möchtest du auch in den Genuss von Slowmotion kommen? Mit Slowmotion kann man auch sehr viel anfangen, kann man in Videoaufnahmen Situationen viel emotionaler wirken lassen und so weiter. Deswegen solltest du dir hier mal überlegen, okay, möchtest du nur Fotos machen, nur Videos machen? Oder möchtest du vielleicht sogar beides machen? Wenn du zum Beispiel sagst, du möchtest nur fotografieren, dich interessiert die Videografie überhaupt nicht und willst keine Videos machen, sondern wirklich nur Fotos, dann solltest du zum Beispiel beachten, wann möchtest du fotografieren? Tagsüber, wenn du Tageslicht hast oder in Situationen, wo du vielleicht mit Scheinwerfern, mit Lichtern arbeiten kannst? Oder fotografierst du vielleicht nachts bei wenigen, also schlechten Lichtverhältnissen? Da solltest du dann zum Beispiel schauen, okay, reicht für dich ein APS-C-Sensor oder brauchst du vielleicht einen Vollformatsensor? Ein Vollformatsensor ist zum Beispiel im Vergleich zu einem APS-C-Sensor deutlich lichtstärker, lichtempfindlicher und dadurch bekommst du wirklich dann eben bei schlechteren Lichtverhältnissen bessere Ergebnisse wie mit einem APS-C-Sensor. Mit einem APS-C-Sensor, wenn du in schlechteren Lichtverhältnissen fotografierst, dann erhältst du schnell so Bildrauschen, weil du deine ISO so hochschrauben musst. Natürlich ist nicht nur an sich der Sensor dafür verantwortlich, wie lichtstark deine Kamera ist, sondern auch dein Objektiv, was für eine Blende dein Objektiv hat. Aber wie gesagt, hier solltest du dir zum Beispiel auch überlegen, okay, macht eine APS-C-Kamera oder ein Vollformatsensor für dich mehr Sinn? Hier musst du natürlich auch noch beachten, bei Vollformatsensoren ist es meistens so, dass du wirklich auch mehr Geld bei den Objektiven hinlegen musst. Bedeutet, hier musst du auch wieder den Preisaspekt hervorrufen und schauen, okay, hast du denn überhaupt das Budget für Vollformat-Objektive? Wie ich am Anfang von diesem Video dir eben versprochen habe, kommt jetzt meine persönliche Empfehlung, meine persönliche Kameraempfehlung für Anfänger in der Foto- und Videografie im Jahr 2023. Und zwar ist das Ganze meiner Meinung nach die Sony Alpha 6400. Bedeutet, wenn du wirklich gute Fotos und oder Videos erstellen möchtest, ist die Sony Alpha 6400 meine ganz klare Kaufempfehlung an deiner Stelle. Mit der Kamera kannst du wirklich hervorragende Fotos mit 24 Megapixel machen und im RAW-Format fotografieren. Dadurch hast du in der Nachbearbeitung einfach noch viel mehr Spielraum, deine Bilder zu bearbeiten. Und du kannst eben auch sehr, sehr gute Videos aufnehmen in 4K mit 25 Bildern pro Sekunde oder in Full HD mit bis zu 100 Bildern pro Sekunde und kannst dadurch wirklich sehr, sehr coole Slowmotion erzeugen. Deswegen schau dir die Sony Alpha 6400 gerne mal an und guck, ob das Ganze was für dich ist. Falls die ganze Sache zu teuer für dich sein sollte, vielleicht nicht in deinem Budget liegt oder du noch weitere Kameraempfehlungen von mir haben möchtest, dann check jetzt auf jeden Fall mal den zweiten Link in der Videobeschreibung ab. Da kannst du einmal draufklicken und dir ganz easy einmal eine kostenlose PDF von mir holen, die ich für dich erstellt habe, wo ich dir noch weitere Kameras in verschiedenen Preisklassen eben empfehle, von günstig bis zur teureren Sektion und eben auch APS-C-Sensor Kameras oder Vollformat Kameras. Deswegen, wie gesagt, check sehr, sehr gerne den zweiten Link auch in der Beschreibung ab und hol dir deine kostenlose PDF dazu. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir dieses Video bei der Entscheidung, welche Kamera du dir kaufen solltest, schon mal geholfen hat. Es gibt natürlich noch dutzend weitere gute Optionen an Kameras da draußen auf dem Markt, deswegen schau dich ruhig um und guck, was eben am besten zu dir und deiner Leidenschaft passt. Denk aber natürlich immer dran, die wichtigste Komponente in der Foto- und Videografie bist immer noch du selber, weil letztendlich es kommt wirklich auf dich, auf die Person hinter der Kamera an. Bedeutet, wenn du die richtigen Techniken nutzt und eben weißt, wie du mit deiner Kamera umgehen kannst, kannst du auch mit günstigeren Kameras sehr gute Ergebnisse erzielen. Wenn dir das Video hier gefallen hat, dann gib mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben und abonniere hier den Kanal. Ich veröffentliche hier nämlich regelmäßig Videos über die Foto- und Videografie, Kameraempfehlungen, Equipmentempfehlungen, gebe dir Tipps und Tricks, wie du als Foto- und Videograf besser wirst, wie du damit Kunden generieren kannst und mit deiner Leidenschaft Geld verdienen kannst. Deswegen, wie gesagt, um kein Video mehr zu verpassen, kannst du sehr, sehr gerne an dieser Stelle den Kanal abonnieren. Ansonsten kannst du mir auch sehr, sehr gerne in die Kommentare schreiben, welche Themen dich denn zur Foto- oder Videografie oder zu Kameratechnik und so weiter interessieren würden. Dann kann ich dazu auch sehr gerne mal in Zukunft Videos machen. Freue ich mich auf jeden Fall drauf. Und dann würde ich sagen, check noch mein Instagram ab, tobi.obermeier. Da siehst du auch noch mehr von mir, von meiner Arbeit. Kannst mir hier auch gerne jederzeit deine Fragen stellen. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, dein Tobi. Ciao.